Und direkt wieder zurück zu Let's Play Pokémon Zmaragd. Ja, was ihr im letzten Part gemacht habt, müsstet ihr selber wissen. Ähm, ja, weiter geht's. Hm, die Situation verschärft sich. Ja, da waren wir stehen geblieben. Ja, klar, auf einmal fängt's an zu regnen. Auf einmal, das ist schlecht. Das Wetter spielt selbst hier verrückt. Warte mal, sind wir hier nicht in der Rüde oder so? Auf der oberen Ebene, ja. Äh, ja, dankeschön. So, ich will jetzt aber wissen, aber... Wir sind doch hier in einer Höhle, hier darf es doch nicht regnen. Oh, ach so, okay, okay, wir sind auf einer Höhle. Oh Gott. Oh, Michael, du darfst nicht nass werden. Nein. Nein, ich will nass werden. Nein. So, komm, wir fahren Fahrrad. Schutz ist noch aktiviert. Jetzt kommt natürlich ein kleines Rätsel. Glaub' ich doch mal, dass das jetzt schon ist. Sieht nicht so aus. Ops, das war etwas zu... No. Das war falsch. Ähm, ich würde gern mein Fahrrad wieder... Andere Taste. Genau. Ha-ha! Geschafft! Oh Gott, die Musik hier ist so schön. No, no, no. Und wir sind oben. Oh mein Gott, Rick, was auch... Nein, nein, nein. Ah, Angst, nein, zurück. Nein, 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 nein. Ah, Angst. Nein, wir werden uns jetzt trauen. Wir sind ein Mädchen. Wir sind Supergirl. Wir sind Maike. Wir schaffen alles. Sie darf uns nicht sehen. Nein, nein, nein. Noch nicht. Ganz langsam. Nein. Oh Gott. Was ist... Nein, nein, nein. Es leuchtet. Nein. Nein. Ah, es bewegt sich. Ah, es schreit. Weggeflogen. Oh Gott, so viel Angst müsst du auch nicht vor Maike haben. Das haben echt alle gegen Maike. Nee, wenn du mir so gesund hast, nicht mehr nutzen. Das ist so richtig ungesund. So ungesund, wenn du dir die Zähne putzt. Nee, das ist doch gesund. Ja, das wüsste ich schon. Los, stirb, Maike. Au. Runter, runter, runter. Hopp, 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 hopp. Und ein, zwei, drei. Und ein, zwei, drei. Und schön die Hüften kreisen, Maike. Du schaffst das. Du bist ein Mädchen. Du schaffst alles. Wenn du nicht in die falsche Richtung fährst, wie ich. Hui. Dann gehen wir jetzt nicht hoch. Nein, wir gehen jetzt hier lang. Fahrrad. Ey. Ich will mein Fahrrad weiterhören. Nee, ich möchte. Ich will nicht. Ich will nicht. Hm. Ähm. Wir müssten jetzt, glaube ich, zurück. Würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und, wo landen wir? Ich möchte kurz, ich habe Dreckfaser gehört. Und? Oh Gott, was machen die beiden Bosse denn hier? Äh. Habt ihr euch wieder lieb? Habt ihr euch wieder lieb? Oh Mann. Guckt euch mal an, wie Kaiokre guckt. Oh, wie süß. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt es. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, klar. Wir können es auch übertreiben. Die Musik ist nett, aber... Hallo? Hallo? Boah. Wie soll das denn gerade aus mit dem Kopf? Pfff. Oh Gott. Kreide schreien. Nein. Oh nein. Ihr werdet alle sterben. Nein. Nein. Was ist aber los? Stirb. Och komm jetzt. Ja, tschüss. Hau ab. Oh lol. Gerade dann, wenn Dreckfaser verschwindet, mal ist es wieder jemand in MS-None. Wow. Wir können gehen. Oh Gott. Für euch beide... Adrian und ich glaub dann Riesmarke oder so. Oh, ihr seid mir mal so scheißegal. Michael. Die Anführer von Team Agma und Agma. Ich glaub nicht, dass sie gefährlich sind. Es kann nicht schaden, wenn wir uns anhören, dass sie so... Oh, ich will nicht mit denen reden. Okay, äh, Mike. Hallo. Es gab neben Geräte, den Kiong und Reino. Reiz ist voll gemein. Nachdem wir uns erfolglos angestrengt haben, schafft dieses dritte Pokémon mit Leichtigkeit die Sache wieder in Lot zu bringen. Ha. Ha, 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 ha. Okay, das reicht. Kaiuk, Rokorau, dann sind... Wer weiß, wohin geflohen. Ich bin schon kurz geflogen. Das Leben an Höhen hat sich wieder normalisiert. Ha, 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 ha. Ehe, he, he. Ja. Michael, meine Augen haben... ...mir also doch kein Streich gespielt. Dank deiner Hilfe wurde es der Novel... ...nein ganz Höhen gerettet. Im Namen aller Menschen danke ich dir. Dies ist ein Geschenk für dich. Nimm es an. Genau, wir haben Kaskade. Oh, ja, wir haben Kaskade. Ja, ha, ha. Wir haben Kaskade und schon wieder meldet sich jemandem im Sen, aber das ist mir vollkommen egal. Oh. Nimm, was wir jetzt vorhaben, ist noch schön. Nimm. 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 Wer behalten noch Tropiers und Team? Ähm. Aber werfen irgendwas raus. Bewegen. Ähm. Ähm. Schmerbe werfen wir es aber nicht raus, sondern... Ich will jetzt aber nicht noch ein Team Mitglied bei mir rauswerfen. Ach komm, die Anne. Wir werfen dich raus, weil wir dich eh gleich jetzt brauchen. Ähm. Hm. Ähm. Ähm. Komm, wir müssen jetzt noch was rauswerfen. Ach komm, das schafft Ghostfight alles allein, was wir jetzt vorhaben. Wir haben in dem Schicksal. Ich will nur, dass wir meine Lieblingshöhle jetzt weiter erkunden können. Weil das einfach nur eine geile Höhle ist. Weil ich die Musik von der Höhle mag. Und deswegen machen wir das extra noch davor. Hm. Und jetzt lernst endlich unser Dark Leader eine ordentliche Attacke. Und schwupp, Kaskade. So, Trophios. Fliegen bitte. Mal in Pro City? Ja, ich glaub mal in Pro City war es doch, oder? Ähm. Nee, ich glaub, es geht doch, wenn mir von Laub wechselfällt. Ja. Ach komm, wer... Ja. Ja, müsste gehen. Ja. Müsste gehen. Muss gehen. Wer nicht, Kripsar strittet. Ja, ist sogar richtig. Weg da. Schau raus. Lass sie... Ja, komm, wir machen nur Speeds, bis wir in der Höhle sind wieder. Ich mag die mit den Höhle, ich liebe sie. Außerdem hab ich die eigentlich, glaub ich, noch vier Stück ganz erkundet. Ich würd schon immer wissen, was hier oben ist. Oh, wir machen einen Schurzern. Ach komm, nee, oben sind bestimmt andere Pokémon. Ah, jetzt erzählen wir das erste Mal. Nein! Wir müssen doch erst die Arena machen, ey. Wie, schon meine Schlau-Haut. Schlau-Haut. Ich hab doch nicht grad wirklich Schlau-Haut gesagt. Schlau-Haut. Ich geb euch gleich Schlau-Haut. Ich bin so schlau wie in Toastbrot. Fertig, Ende aus. Aber Toastbrot ist schlau, denn das weiß man es getoastet würdet. Würdet, genau. Nee. Ähm. Ja, wir haben nämlich jetzt einfach eine Sache vor. Ich würd die ganze Arena mit Epicly NWM machen. Ende aus. Und am liebsten würde ich sie jetzt auch tot speeden. Aber nein, das würde ja alles versauen. Ja, schmack die Speed-Taste. Und rein geht's. Mal sehen, ob ich direkt alles kann. Ja. Ging. Da hab ich jetzt aber, glaube ich, meine Probleme mit. Mal sehen. Ja, hab ich. Oh Gott, der da oben sieht ein wenig wie treu aus. Oho, geschafft. Nein. Ich würd jetzt nicht lesen, was die sagen. Ich würd einfach nur töten. Ach komm, da sind doch nur noch... Ach komm, da sind so viele Trainer. Die würd ich doch bestimmt jetzt nicht alle so aufzeichnen. Ich bin doch nicht verrückt. Wie viel... Oh Gott. Guckt euch mal an, wie viele Trainer hier rumstehen. Wenn ihr denkt, ich würde die alle ohne Speed machen. Seh, wie seh ich denn aus. Die mach ich jetzt einfach mal so. Und tschüss. Stirb. Epicly End haut euch alle tot. Stirb, 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 stirb. Los Epicly End, du bist episch. Ah, Doppelkampf, oh Doppelkampf, oh Doppelkampf, oh Doppelkampf. Oh Gott, oh Gott. Nein, Donnerblitz. Und Laubklinge. Hm. Ha, 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 ha. Stirb. Tod. Oh mein Gott, die hat uns getötet, ey. Perlu, Perlu, hallo Perlu. Hallo Perlu. Wie geht's, Perlu? Oh, hallo Krebsgurt. Ich hab deine Weiterentwicklung. Ha, ha. Oh, hallo Lombrero. Schön, dich zu sehen. Hm, wirklich, wenn du so böse bist. Dein Kappi überleben, oh Gott, ey. Hallo Azuril, du Normal-Pokémon, du. Hallo Meryl, wo ist Azuril? Azuril, Lala, hallo, wo bist du? Hallo. Hallo. Hallo Azuril. Schön, dich zu sehen. Oh, hallo, Doppelkamp. Wie geht's euch? Ja, ich freu mich auch, euch alle zu sehen. Oh Gott, Barschwar. Nein. Mein Barschwar, stirb. Barschwar tot. Oh. Oh, Barschwar. Wo ist mein Barschwar? Schöne auch eins. Aus welchen Aldi habt ihr das Barschwar geklaut? Egal. Ja, los, stirb. Barschwar ist wie Kappadon oder hässlicher. Milotek ist wie Garados, ne, schöner. Und andere Werte. Äh, ja. Los, wir haben nur noch einen Trainer vor uns. Boah, episch. Das machen wir jetzt voll langsam. Hm, so. Hurra, hurra. So, tut mir in der Arena ganz schnell. Töten. Ja, haben wir ganz fein gemacht. Schön hat Francesca. Haha. Mann, sind wir gut. Wir können uns auf die Schulter klopfen. Aber jetzt würden wir den Speed wieder verbannen. Ich hätte die Kämpfe auch alle offline machen können, aber... Nein. Ich will lieber den Arena-Kampf, wenn wir erst im nächsten Part haben. So, jetzt geht's mal besser. Oh mein Gott. Nein. Das habt ihr YouTube gesehen. Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. Ähm. Äh, ja. Das schaffen wir noch. Hurra, wir sind angekommen. Aber da wir die liebe Lian schon trainiert haben... Oh Gott, komm schon zurück. Ähm, Mann! Boah, Steuerung. Fick dich, ey. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Oh, komm. Oh, komm. Ja, tschüss, Leute!